So, herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy XIII. Im letzten Part haben wir weiter mit Lightning und Hope gespielt und den Hintergrund erfahren, wie es denn jetzt eigentlich dazu kam, dass Lightning im Zug war. Und jetzt spielen wir hier mit Cess und Vinyl weiter und wollen dann gleich mal diesen Mehrparteienkampf hier bestreiten. Und ja, wir gehen mit Doppelsequenz hier rein. Denke ich, das ist die beste Entscheidung. Ja, ich denke, das ist ganz gut. Wir wollen hier gleich hier ein bisschen offensiv an die Sache rangehen. Gut. Ja, Präventivschlag ist hier ganz normal bei so einem Kampf. Ihr werdet gleich eine Besonderheit an diesem Kampf sehen. Die Gegner haben jetzt nur die Hälfte der TP. Also, das ist bei allen Mehrparteienkämpfen so. Da starten die Gegner immer nur mit der Hälfte ihrer TP. Und ich habe so ein bisschen verschlafen, die Wachroboter hier anzugreifen. Beziehungsweise bei denen noch den Schock auszulösen. Gut, der ist auf jeden Fall weg. Und jetzt machen wir mit denen weiter. Die haben jetzt ihren Wachbordor schon eingesetzt. Haben die uns eigentlich nichts mehr entgegenzusetzen, denke ich. Vielleicht kommen wir auch mal im nächsten Kampf dazu, noch den... ...mal den Manipulator einzusetzen. Oder das machen wir jetzt mal. Jetzt wird wir nie mal... Genau, hier ein bisschen... Genau, jetzt wirken hier Negativzustände. Und es ist auch der Schock stabilisiert, wie ihr sehen könnt. Das habe ich ja im letzten Part auch schon mal angesprochen. Gut. Okay, das tut weh, aber ich glaube, heilen müssen wir jetzt nicht mehr. Gut, greifen noch ein bisschen an. Es sind ordentlich Debuffs drauf und... ...es ist noch einmal Feuer und das war's. Das hat Venilia knapp überlebt. Gut. Fünf Sterne, perfekt. Oh, ordentlich Komponenten. Oh, ordentlich Komponenten. Ah, ich hab... Ich wollte mal nachschauen, ab wann man jetzt eigentlich die Komponenten einsetzen kann, aber ich hab's eigentlich nicht getan. Ich wusste, das würde passieren. Hab ich's doch gewusst. Ja. Das ist ja, es kennt sich halt mit Maschinen aus. Ja, ja. So, dann machen wir hier mal weiter. Ich glaub, das werden jetzt hier alles so mehr Parteienkämpfe, wenn ich mich nicht täusche. Also, könnte sein. Sie ist gleich der nächste, auf jeden Fall. Ähm. Hm. Ja, wir gehen einfach mal rein. Wird schon schief gehen. Also, ich hab im letzten Part ja auch mal gesagt, dass es problematisch wird, wenn uns die Gegner trotzdem bemerken. Ich glaub, das passiert aber nur bei manchen Gegnern. Nicht, also... Das können... glaub ich, im späteren Spielverlauf ein paar Gegner uns, äh... ...trotz... ...dieser, äh... ...kampfsituation uns bemerken, aber... ...diese hier noch nicht. So. Jetzt machen wir... ...den noch weg. Oh, ich glaub, das schaffen wir gar nicht mehr. Das war ein bisschen schlecht getimt. Naja. Dafür ist der andere schon fast beleg' ...dann ist der auch weg. Dann machen wir hier eben weiter mit Manipulator. So. Dann ist wenigstens der Schock auch ein bisschen stabilisiert. Gut. Ja. Haben wir doch gut im Griff jetzt noch ein bisschen... ...draufhauen, dann ist der auch weg. Und der andere hat ja schon Negativzustände drauf. Ja, jetzt hat er welche. Jetzt gehen wir wieder auf Doppelsequenz. Und jetzt müsste der eigentlich ziemlich schnell weg sein. Ja, machen weit über 100 Schaden und das... ...ohne Schock. Das ist schon mal nicht schlecht. Noch einmal Aero drauf und das war's. Perfekt. Perfekt. Gut. 16... Ja. 16 Kristallpunkte ist jetzt... ...nicht gerade die Welt. Ich hab jetzt gar nicht mehr im Kopf, wie viel die... ...die Kristalle die jetzt eigentlich gekostet haben. Ja, gut. 90. Das ist natürlich schon... ...ein gutes Stück. Dann werden wir erst mal ein bisschen sammeln müssen, bevor wir da noch groß was machen können. Gut. Schauen wir mal weiter. Ich glaub... Ja, da war eine Schatztruhe. Und gleich... Oh. Okay, also bei dem Kampf... ...schnappen wir uns am besten zuerst mal... ...die anderen Gegner, beziehungsweise... ...dünnen die gleich mal ein bisschen aus, bevor wir... ...uns den... ...den Pulsroboter vornehmen. Das würde, denke ich mal, das intelligenteste sein. Weil wenn wir den... ...Pulsroboter zuerst besiegen, dann gehen alle anderen auf uns los. Und das... ...denke ich ist dann auch nicht... ...nicht so optimal. So. Einer schon mal im Schock. Versuche ich mir den anderen noch zu erwischen. Ja. Zwei im Schock. ...zudem ist der Schock jetzt auch schon weg. Ja gut. Aber dafür haben wir ihn ja schon vorher gut geschwächt Gut, ist der erledigt Jetzt die Ich sag mal, zwei der Wachroboter sollten wir wegmachen Und dann schnappen wir uns den Den anderen Roboter Ne, Wachdrohnen, hab ich gerade den Wachroboter gesagt? Ja, ich meinte Wachdrohnen Gut Ich hoffe jetzt mal, dass wir nie durch die Haut drauf Und sie hat ihn erledigt, naja gut Dann müssen wir uns dann eben Mit dem rumschlagen Hier kommen wir auch hin Die Negativzustände sind drauf Jetzt müssen wir ihn ja Müssen wir ihn eigentlich ganz gut wegbekommen Also mit Devalion-Deprotest Müsste jetzt eigentlich anstatt Halbierten Schaden Müsste jetzt Normaler Schaden sein Oder beziehungsweise Ja, normal Ja, und auch Lässig erledigt Und wieder ein Haufen Komponenten bekommen Perfekt Ja, hier lag hier die Schatzkiste Mal schauen Ein Schwarzgurt Was war denn das nochmal? So, auf jeden Fall Ausrüstung Hm, physische Resistenz Braucht Warte mal Vers hat noch mehr CP Als wir mir Jetzt inzwischen Ich glaube, wir können ihm eigentlich mal was anderes geben Ich frage jetzt, wenn gebe ich diesen Ich habe ja noch diesen Silberarmreif Wen gebe ich denn den? Ähm Ich gebe ihm mal diesen Schwarzgurt Denke ich mal kann nicht schaden, weil den Eisenreif braucht der jetzt nicht zwingend Ja gut, dann gehen wir mal weiter Und hier können wir wieder was bedienen Das sollte das machen Hm? Oh! Huh Ähm Ein Schwarzgurt der kerl hat es halt einfach drauf und die kämpfe werden ja immer heftiger das sind jetzt drei von denen und zwei von denen okay gut dann machen wir erst mal den ein von den puls robotern weg denke ich wird hier das klügste sein machen wir mal nur einen schlag drauf und wir setzen den gleichen schock und den anderen auch mit dazu so sind bei dem schock wir nehmen wieder den ersten als ziel weil da geht der schock langsamer runter gut ist der eine eigentlich der andere müsste schon gleich und der schock wieder fast vorbei sein ja okay jetzt gehen wir auf sukzessiv täglich und schnappen uns schon mal zwei von diesem wirklich zwei von denen so wie es im kampf zuvor eigentlich auch angedacht war und ich glaube wenn wir haben hat ich habe es gar nicht mehr kopf sie hat ja nur die wahl und nur protest ich denke schon ja was ich eigentlich auch mal machen könnte wäre ein bisschen mit den und den argumenter fähigkeiten zu arbeiten wäre eine idee ja dass ich denke das probiere ich jetzt mal aus machen erst mal den weg ja perfekt und jetzt gehen wir auf genau die versions gefecht naja da seht ihr die argumenter fähigkeiten die brauchen nur leider zwei atw balken abschnitte das ist jetzt noch ein bisschen schlecht weil die eben nur drei haben das heißt wir können nicht zwei auf einmal machen müssen wir einzeln stück für stück daran gehen na gut dann gehen wir jetzt mal auf wieder auf doppelsequenz jetzt sind wir ein bisschen gestärkt es hat den roboter besiegt okay ich frage mich ob ich jetzt trotzdem die kristallpunkte dafür bekommen das ist die frage die frage der fragen aber ich denke jetzt können wir erst mal ein paar kristallpunkte verteilen das haben wir durchaus ein paar bekommen also zwei ab zwei kristalle sind drin da habe ich noch gar nicht angefangen da haben wir aber schon mal feuer das ist nicht schlecht da habe ich bei ihr den manipulator erst fertig gemacht na gut ja beim heiler kamen keine neue fähigkeiten dann machen wir mal mit dem verheerder weiter und dann haben wir auch bald feuer und dann hat wir noch ein paar mehr möglichkeiten schaden zu verursachen gut ja die protesten die wahl na gut aber da kommen damit kommen wir ja klar das ist zum jetzigen zeitpunkt ja denke ich noch noch ausreichend auch den kennen wir doch we made it where's grumpy hmm got left behind huh leave me alone hey Das ist gar nicht sinnvoll. Ich kann nicht weitergehen, ich kann nicht nach Hause. Es ist vorbei für mich. Es ist nicht vorbei. Wir werden dich nach Hause. Ich habe nicht einen. Jetzt ist die Mutter. Was ist mit deinem Vater? Was ist mit deinem Vater? Was ist mit deinem Vater? Die Soldaten haben die Stadt geöffnet, und wir können nicht zurückkommen in Palom-Polom. Wir haben uns unter der Treppe mit allen anderen. Meine Mutter war franisch. Sie wollte uns nach Hause bringen, also versucht sie zu kämpfen. Sie wurde verletzt. Von Snow. Nein, er hat sie verletzt. Wir gehen uns nach Hause, okay? Ihr Vater muss sich bemerken. Deine Angst. Warum sollte ich mich interessieren? Er ist nicht. Nein, er hat sie verletzt. Das ist nichts. Vergiss es. Komm mit mir, okay? Mhm. Das sollte es tun. Ah! Wir haben Zeit. Wir werden dich nach Hause bringen. Ihr Vater wird glücklich sehen. So, jetzt haben wir auch mal erfahren, was eigentlich mit Hope los ist, beziehungsweise wie Hope eigentlich dazu gekommen ist, im Zug zu sein. Gut, Mutter und Sohn. Hope ist mit seiner Mutter aus Palumpolum nach Bodum gereicht, um das berühmte Feuerwerk zu sehen. Doch zu ihrem Unglück entdeckte das Pseukon genau an diesem Abend den Puls vor sie in dem nahegelegenen Residuum. Am folgenden Morgen wird ganz Bodum unter Quarantäne gestellt und da Hope und seine Mutter sich zur falschen Zeit am falschen Ort befinden, werden sie Opfer der Purgation. Da kam keine Seite mehr, oder? Ja, okay. Gut, die Geschichte, ja gut. Das haben wir ja jetzt miterlebt. Und Hope ist jetzt mit in der Gruppe dabei. Da können wir jetzt ein bisschen... Auch ein paar Paradigme mehr erstellen. Äh... Ich hab schon weiter alle Fähigkeiten, die Hope haben kann. Ich denke schon. Ja, haben wir alles. Ja, dann... Dann entwickeln wir mal sein... Ne, ne, machen wir hier mal nicht weiter, weil jetzt kostet dieser Kristall wieder über 100. Machen wir lieber hier weiter. Na gut, Angriffskraft bringt ihm jetzt nicht so viel. Aber naja. Wir haben ja das kleine Problem, sag ich mal, dass wir keinen, äh... Keinen Brecher im Team haben. Das macht es ein bisschen schwer, ähm... Hier den Serienbonus hochzutreiben. Deswegen ist Eiserne Kaskare hier... Bestimmt eine ganz gute Alternative. Und ich erstelle mal noch... Oder machen wir... Moment. Machen wir... Äh... Hope mal zum Heiler und... Die beiden zum... Äh... Augumento Manipulator, ja. Drakonische Liga, eine meiner Lieblingsparadigmen, also vor allem im späteren Spielverlauf. Habe ich... Sehr gerne benutzt, diese Zusammenstellung. Natürlich abhängig von Charakteren, die man so dabei hatte, aber... So grundsätzlich finde ich dieses Paradigma richtig... Richtig nice. Gut. Okay, da haben wir jetzt wieder einen Roboter. Gut. Da werden wir am besten mal... Mh... Wie machen wir das dann am besten? Ich könnte ja eigentlich auch... Wie machen wir das mal so? Vergeltungshymne... Da kann's... Äh... Es ist ein bisschen... Ne, machen wir furiose Gegenwehr... Greifen so an... Ja, das... Beziehungsweise buffen uns ein bisschen hoch. Genau. Na gut, jetzt... Genau. Sie schockt und wir gehen auf Trisaster. Alles klar. Da müsste der Kampf eigentlich so gut wie gegessen sein, weil jetzt auch noch seine... 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 Seine Resistenzen gesenkt sind. Venier macht noch ein bisschen extra Schaden, weil sie ja eh ne drin hat. Ja, da macht sie mit ihren normalen Angriffen schon fast tausend Schaden. Da ist das... Gar kein Problem. Gut. Was haben wir denn hier? Minurta. Okay. Eine Waffe für Hope. Schauen wir uns die mal an. Ein gut austariertes Modell, das ich vielseitig einsetzen müsste, okay? Hm. Sankt, wie die Schäden um fünf. Ja, zu diesen Fähigkeiten kann ich mal was sagen. Ihr seht ja, ähm, dass vor diesen physischen Schaden... Ist dieses kleine Symbol mit diesem... Mit diesem Kreis hinter dem nochmal angeschnitten so ein Kreis ist. Das sind... Äh... Sogenannte... Gott, wie hießen die denn? Ähm... Nexus-Fähigkeiten, glaube ich, hießen die, wenn ich mich nicht täusche. Nein, ich glaube, es heißt Fertigkeiten. Hier... Auch hier ist das so. Ähm... Die bekommt man, wenn man entsprechend... Äh... Ausrüstung anlegt. Also jedes Ausrüstungsstück gehört zu einer sogenannten Nexus-Gruppe. Also ich denke, so war's. Ähm... Und wenn man mehrere Ausrüstungsgegenstände aus derselben Gruppe angelegt hat, dann bekommt man so eine Nexus-Fähigkeit freigespielt. Ich weiß gar nicht mehr, was es für welche gibt. Da hab ich mich ehrlich gesagt nie so sehr damit beschäftigt. Und ich weiß auch gar nicht, was diese Fähigkeit ja eigentlich macht. Aber ich... Ich weiß nicht. Ich kann's mal ausrüsten, weil der... Äh... Von Hope bringt uns ja eigentlich eh nicht weiter viel. Hm. Äh... Diese Fähigkeit... Ich denke, es ist nicht... Hm. Mir im Notfall bringt das natürlich mehr, wenn wir in... In einer kryptischen Situation ein bisschen mehr wegstecken, mit zum Beispiel wenn Hope ein bisschen... ...mehr wegsteckt. Aber ich... Ich benutze mal die andere Waffe, weil ich glaube, die hatte ich noch nie ausgerüstet und würde mir die gerne mal anschauen. Gut. Dann gehen wir mal weiter. Mal schauen, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Oh. Da müssen wir ein gutes Stück laufen. Aber na ja. Könnten wir mal schauen. Immer noch nicht. Weil wir können die Komponenten dann hier an so einer Speicherstation einsetzen, wenn wir sie denn irgendwann mal tatsächlich benutzen können. Das nächt mich immer noch, dass ich nicht mehr weiß, wann wir die einsetzen können. Wie kommt jetzt eigentlich das Hauptgerade mit Kristallpunkte? Der hat er als die anderen. Dann hab ich die nicht alle verbraucht. Oh, lass mal die Waffe sehen. Okay. Schaut nicht übel aus. Ja, kann man lassen. Definitiv. Ich liebe die Geräusche, die... ...sersen macht, wenn er so eine positive Zustände wirkt. Müsst ihr mal ein bisschen drauf achten. Vielleicht macht das wieder. Ja. Gelegentlich macht er die. Gut. Hat jetzt... Okay, sind schon zwei. Na, das war jetzt... Ist jetzt ein bisschen doof, weil... Jetzt geht natürlich der Schock, weil... ...schneller runter, weil... ...ein... Ja. Ja. Weil wir nicht angegriffen haben, während die Negativzustände gedrückt worden sind. Aber gut. Ist, denke ich, stabil genug. Er hat Negativzustände drin und... ...wir haben gesteigerte... ...gesteigerte Attribute. Ja. Wunderbar. Hm, aber trotzdem bloß drei Sterne. Naja. Ist jetzt nicht so, dass wir... ...oh... ...unbedingt auf... ...Fünf-Sterne-Wertungen angewiesen sind. Jedenfalls momentan nicht. Oh, wow, 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 wow. Langsam, mein Freund. Ja, bei denen müssen wir... ...doch ein bisschen aufpassen. Äh... Wie machen wir das denn am besten? Könnten natürlich mal mit eiserner Kaskade starten. Ja, das probieren wir mal. Ja, bei denen müssen wir ein bisschen aufpassen, weil die machen ganz guten physischen Schaden. Analysieren wir die erst mal. Okay, die haben keinen so hohen Schockwert. Ja, natürlich haben wir dazu noch keinen Infos. Logisch. So. Ja. Knüppeln schon ganz schön deinem Wind. Und sie haben es voll auf Venil abgesehen, wenn ich mich nicht täusche. Ja, es wird mächtig... ...mächliche physische Angriffe aus, allerdings. Ja, und sie gehen weiter auf Venil. Los, machen wir erst mal ein Nieder. Wechseln wir jetzt mal auf grüne Kette. Schon erst mal, dass Venil sich noch ein bisschen heilt. Und... ...machen wir dann weiter mit eiserner Kaskade. Hoffen, dass sie noch die Wahl draufkriegt. Und... ...und... ...jetzt auf Trisaster und vollen... ...Damage Output. Perfekt. Gar kein Problem. So. Ja, das mit den Kristallpunkten lohnt sich, glaube ich, nicht. Je groß was zu verteilen. Ja, ich gebe mir einfach mal weiter. So. Ist das ein... ...riesgier von Pulse. Du hast das, sie gemacht schon so weit? Natürlich nicht. Nicht während der Krieg, nicht seit. Sie vielleicht haben versucht. Aber keine ihrer Macht haben in die Koko. Sie nur schmerzten die Outer Rim. Dann, die Sanctum's Falsi sie zurückgezogen. Was? Du, uh... ...sleep durch die Geschichte? Ha ha ha! Moral F. So, what's the ship from Pulse doing here? Once the war was over, people couldn't live near the rim anymore. In places like the Hanging Edge. So the Falsi, they gathered up scrap from Pulse and used it for rebuilding here. This is what was left. A bunch of garbage. Who'da thunk? A Pulse Falsi and who knows what mixed in with all the trash. Who'da thunk? Who'da thunk? Invasionsarmee aus Pulse über Cocoon her. Nur mit vereinten Kräften der Cocoon Falsi und Lessee konnte die Invasion abgewehrt werden. Bei den Kämpfen nahm die Außenhülle Cocoons schweren Schaden, doch eine größere Katastrophe konnte verhindert werden. Für ihre Rettung empfinden die Menschen den Falsi gegenüber tiefen Dank. So und dann noch das Pulse Residium. Im Transgressionskrieg wurde die Außenhülle Cocoons stark beschädigt und einige Gebiete wurden unbewohnbar. Für den Wiederaufbau schafften die Cocoon Falsi Baumaterial aus Pulse nach Cocoon. Auch Bodum wurde mit Material aus Pulse erbaut. Das Pulse Residium wurde vermutlich zusammen mit dem übrigen Baumaterial nach Cocoon gebracht. Alles klar, jetzt kennen wir uns da auch ein bisschen aus. Also dieser bereits angesprochene Krieg zwischen Pulse und Cocoon ist ja schon öfter thematisiert worden. Jetzt haben wir auch mal einen konkreten Namen dafür. So. Aber ich denke mal das reicht. Das ist erstmal genug für heute. Das war Final Fantasy 13. Beim nächsten Mal machen wir hier weiter. Bis dahin. Ciao.